Okay, wir können uns noch Unusual Memes reinziehen. Ich bereite nur kurz Essen vor. Der Hund im Thumbnail, Alter. Ich habe hier was zu essen, Chat. Ich habe richtig geil, Spinat, Kartoffeln und Reismann. Und jetzt gucken wir mal, was bei Unusual Memes los war. Ich habe schon einen Hund im Thumbnail gesehen und der Katze sehen wir auch schon mal. Das heißt, es ist wieder sehr, sehr tierreich. Tiere liebe ich, let's go. Full Metal Alchemist Full Metal Alchemist Tickle, tickle, tickle Dackel, coole Hunde. Dackel sind wirklich sehr, sehr coole Hunde, Tierprognose. Ich warte immer noch auf meine Grafe, Chat. Aber heute ist auf ganz drücken Kolibri mit drin, ein Affe und eine Schildkröte. Das heißt, kannst du mir ein Sandwich machen? Aber du bist eine schöne Prinzessin, komm hier. Beste Prinzessin. Trimax und eine Rutsche, Alter. Yes. Okay. Das bin ich in Warzone am Schüsse nicht treffen. Das ist halt ihr mit dem Emote-Spam, dass ich mir Pega-Aim habe. Was passt, ihr Tier? Das ist halt ihr mit. Ah You can't park there Was ist das? 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 Oh, das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Feierabend. Ich würde, so wie ich da stehen würde in meinem LKW, einfach wegfahren. Ja, dumm. Digga, war das ein Einsatzschild aus Warsound? Wie spät? Ein Einsatzschild. Ein Einsatzschild. What the fuck? I hate to admit it, but I'm honestly terrified of spiders. What's brown and sticky? A stick. Do a flim! Oh Mann, ey. It's okay, come on! Oh Mann. Ja, oder ganz komisches Video. Ja, ich will auch Videos schauen und gleichzeitig essen, aber das ist eine Kombination, die geht nicht. Und ich klick gerade auf den ganzen Tisch, weil ich es nicht schaffe zu essen. Weil wenn ich runter schaue bei diesen 7-Kunden-Videos, dann kommt ein Clip, den verpasse ich. Jetzt wäre es geil, irgendwie so einen Arm zu haben mit dem dritten Auge. Du kannst einfach essen, beide anderen Arme zum Zocken verwenden oder zum Videos schauen. Du hast nix bei dem Video. Also sehe ich auch keine Schildkröte und kein Koli bringen. Ey, das als Hausstil wäre auch geil. Was ist das Brettchen? Was zum Fick habe ich mir angeschaut? Was zum Fick habe ich mir angeschaut, halt. Was zum Fick habe ich mir angeschaut.